Es ist ein Po-Schlitz! 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 Weiter geht's. Kann man hier drüben rein? Geht auf. Lohnt sich das hier? Nein, geh in die Lehre. Oh, servus. Ich werde in die andere Richtung laufen. So. Ich hoffe, er hat mich jetzt mal nicht gesehen. Jetzt machen wir mal ein wenig Tempo. Okay, doch. Er hat mich gesehen. Das heißt, er macht erst recht so wenig Tempo. Jetzt hat er das Interesse wieder an mir verloren. Ich kann mir aber noch nicht so ganz vorstellen, Deko-Haus, dass ich hier alleine bin. Ah, servus. Es gestaltet sich jetzt gerade ein klitzekleines bisschen schwierig. Ein Haus so für das ich betreten darf. Okay, hier ist eins. So, was haben wir denn hier Schönes? Vielleicht sollte ich mich ein klitzekleines bisschen dunklen. Correction Problems. Lassen grüßen. Was ist das? Empty, Empty. Müll brauchen wir nicht. Mehr spannendes Zeug gibt's hier nicht. Also, weiter. Was haben wir hier drin? Ah, ein Fernglas. Ein Fernglas. Das nehmen wir mal mit. Was haben wir hier? Schluck. Aber mit. Chemie, nicht. Da brauchen wir nicht. Pain killer. Immer gern gesehen. Ja. Jetzt Exit. War aber hier schon? Ich glaube, hier war ich gerade. Gut, dann gehen wir mal hier noch lang. Müll. Dreck. Gut. Erkundungstour hier abgeschlossen. Türme. Aber da oben ist keiner. Dafür haben wir wieder Hello Connection Problems. So, jetzt brauchen wir uns ein neu erworbenes Fernglas gleich mal austesten. Ja. Peter Poschitz ist losing connection. Das freut mich nicht zu hören. Ich hoffe mal, das Zeichen verschwindet noch, weil ansonsten muss ich mich neu anmelden auf dem Server. Augenschein nicht alles ruhig. Ich schaue jetzt einfach mal, wie weit ich noch komme. So, ich habe schon wieder die Aufmerksamkeit hier erregt. Deswegen schnell flüchten in Tüngellagerhalle. So, wenn ich jetzt hier hochgehe, dann... Oh, ne. Ich werde jetzt mal hier hochklettern. Das ist jetzt so eine Art Rettungsmaßnahme. Oh, das Zeichen ist weg. Gut, vielleicht darf ich weitermachen. So. Oh. Wie ihr seht, viel Standfläche bietet dieser Turm nicht. Und hier bin ich... Schon wieder Connection Problems. Also heute ist echt irgendwie in der Wurm drin. Also das war aber ein Satz mit X hier hoch. Außer das hier Familie Wackelkopf. Okay, sie hat mich schon wieder entdeckt. Ah, alter Scheiß, was geht? Ich wollte eigentlich ja auch nur ein bisschen Zeug, ne. Das ist die Kirch. Die Kirch. Das Zeichen da unten, das beachte ich jetzt mal schon gar nicht mehr. Das kommt jetzt in 10 Sekunden Takt. So, was haben wir hier? Hier ist noch eine Tür. Darf ich da eintreten? So. Was haben wir hier schönes Munichen? Haben wir mal mitgenommen. Kostet ja nichts. So. Und jetzt gehen wir mal aufwärts. Hier sind zick-zack-Zombies unterwegs. Augenscheinlich aber alles ruhig. Ich glaube, der Fokus der Spieler liegt nicht auf dieser Örtlichkeit. Soll mir natürlich ganz recht sein. Ich bin nach wie vor unbewaffnet. Und insofern hätte ich sowieso no chance, wenn sich's denn da einer überlegen sollte, mich pengpeng mäßig zu den Fischen zu bringen. Hier wackeln wieder ein paar Zombies rum. Deswegen werde ich jetzt flüchten. Oh ne, der Nervbolzen-Zombie. Schnell hinterausgang benutzen. Hier wimmelt's auch vor Zombies. Ich muss das Interesse auf was anderes lenken. Okay, er scheint weg zu sein. Kann ich hier rein? Ach ne, das war ja die Deko-Tür. Ich versuche mal, zu flüchten. Oh, oh. Haus. And I run into the house. Uh. Hier war ich aber schon. Okay, weiter geht's. Fröhliche Weihnacht. Überall. Fand ich jetzt ja gerade ein bisschen wundert, warum ich jetzt hier irgendwelches belangloses Zeug singe. Er hängt mit der Tatsache zurück, dass ich im Moment flüchten muss. Und das offensichtlich im großen Stil. Ich weiß nur noch nicht wohin. Wo lohnt er? Ah ne, jetzt kommt er auch noch von hier. Jetzt dachte ich, jetzt tricksel ich den da weg aus. Ist er weg? Was ist weg? Ah, da schreit doch noch einer. Kann ich hier rein? Nein, Deko-Haus. Oh, shit. Da wischte das Säftle. Open up. Nochmal fern gewesen. Ich glaube, das war suboptimal. Obwohl, erscheint das Interesse verloren zu haben. Gott sei Dank. So, was haben wir hier? Gähnende Lehre aus einem Fernglas, das ich aber schon besitze. Hier geht's aufs Dachterrasse. Und hier auch nix los. Also irgendwie ist es ne Kackstadt. Weil hier, wimmelt es von Zombies. Und jetzt blute ich aber noch. Und lass mich in Frieden. So, erstmal hier, Medizin. Besser gesagt, Banda. Nachdem wir unsere blutende Wunde gestillt haben, muss ich jetzt die weitere Taktik festlegen. Hermanns Haxe. Sterbe ich, wenn ich hier runterfalle? Nein, aber es gibt's. Zombie, scheiß Dreck. Das war jetzt suboptimal. Nicht zur Nachahmung empfohlen. Aber ich muss jetzt erstmal flüchten. Das hilft gerade überhaupt nix. Weil, wie ihr seht, ich habe lästige Gesellschaft. Und deswegen werde ich mich kurz in dem Wald verstecken. So. Ob das schon gereicht hat? Ich glaube, ja. Gut. Auf jeden Fall sind jetzt erstmal die Zombies weg. Das gibt mir die Möglichkeit, in diesem Etablissement... Aber ich höre sie schon wieder, ey. Alter Fall, da was gell. Also irgendwie komme ich gerade nicht so richtig weiter, ne. Ich habe... Hier war ich auch schon. Da hinten wackeln die Zombies schon wieder an. Deswegen werde ich jetzt mal hier rüber laufen. So. Jetzt hänge ich im Busch fest. Haben die Zombies Notiz von mir? Schauen wir mal. Ich glaube, im Moment bin ich ein wenig safe. Und... Willkommen zurück, Connection-Problems. Ich werde dich missen. Ein Stall. Hier gibt es aber auch echt gar nichts, ne. Außer immer diese rumblätenden Zombies. Gibt es hier irgendwas? Eine Axt. Immerhin. Immerhin haben wir schon mal eine Axt. Das ist doch zumindest besser als gar nichts. So. Jetzt können sie jetzt kommen. Noch eine Axt. Was liegt da drüben? Das grunzt schon wieder, ey. Oh. Der Bauer, dem das hier gehört, hat sich gerade angekündigt. Munischen. Was liegt hier oben? Das ist doch mal was. Das ist doch mal eine Hausnummer hier. Guckt euch das an. Eine CZ-550. Oh. Und da ist... Es passiert. Connection-Problems. Schon das ganze Spiel über. Jetzt... Sagt er erst mal winke, winke. Naja, ich lade am besten nochmal neu.